Musik Janett und ihr Mann Chris gehen in die lokale Kirchengemeinde bei sich vor Ort. Und sie sind nicht einfach irgendwelche Gemeinde- oder Kirchenmitglieder dort, sondern sie bringen sich aktiv dort ein. Und das seit Jahren. Sie sind so etwas wie die Mamas und die Papas in ihrer Kirchengemeinde. Ohne sie läuft quasi nichts. Und das ist deswegen möglich, weil Chris sich ganz besonders engagiert, sich sehr viel einbringt als Vorsteher oder als Leiter der Kirchengemeinde, die vor Ort ist. Und er bekommt von seiner Frau Janett regelmäßig den Rücken freigehalten, sodass er sich dort einbringen kann. Den beiden macht es unheimlich viel Spaß, sich einzubringen. Und wie gesagt, Mama und Papa der Kirchengemeinde, das ist auch eine ganz besondere Rolle für die beiden. Ja, und sonst kann man über die beiden eigentlich sagen, dass sie eine enge Verbindung zu Gott haben und diese Verbindung auch sehr pflegen. Sie führen ein Leben, das jetzt nicht außergewöhnlich ist, aber sie können sich sicherlich als sehr gesegnete Personen bezeichnen. Menschen, die nicht nur Gott nachfolgen, sondern die von ihm auch sehr, sehr gesegnet und mit besonderen Gaben ausgestattet, mit Segensgaben auch beschenkt werden. Das ist etwas, was ihr Leben so im Grunde genommen ausmacht. Vielleicht gibt es in diesem ganzen klaren und bunten, schönen Bild auch den ein oder anderen trüben Fleck. Und einer dieser trüben Flecken ist vielleicht, dass Chris seit seiner Geburt mit einem gesundheitlichen Problem zu tun hat, mit dem er immer wieder zum Arzt muss, das kontrolliert werden muss, einfach ob alles beim Alten ist. Aber nichts, das ihn so nennenswert einschränken würde oder wo er denn den Eindruck hätte, dass er jetzt ein anderes Leben führen müsste, nur wegen dieser gesundheitlichen Herausforderung. Tja, und eines Tages ist er dann mal wieder bei so einer Routineuntersuchung beim Arzt und er erwartet eigentlich, dass er eine Nachricht erhält, die wiederum positiv ist. Chris, alles in Ordnung, du kannst nach Hause gehen, du kannst dein Leben weiter so führen wie bisher. Aber es ist anders dieses Mal. Unabhängig von seiner Diagnose, die er sonst eigentlich hat, erhält er dieses Mal eine andere Diagnose, unabhängig davon. Die Diagnose auf Krebs. Und wer das schon mal selbst erfahren hat im Bekanntenkreis oder bei sich selbst, der weiß, das reißt dann heraus. Plötzlich ist alles anders. Die ganzen Lebenumstände, der Blick auf das eigene Leben ändert sich komplett. Die Dinge werden anders. Aber Janett und Chris, Janett und Chris sind Beter. Sie sind gläubige Menschen und sie entscheiden sich tatsächlich auch in dieser Situation, sich ganz besonders auf Gott zu konzentrieren. Sie beten mehr, als sie je zuvor in ihrem Leben gebetet haben. Und die Ärzte geben Chris Hoffnung. Sie sagen, es ist ein gutartiger Krebs. Wir können hier tatsächlich einiges noch machen. Und Chris kann geholfen werden. Die Situation scheint sich zu verbessern. Er macht Fortschritte in Richtung Gesundheit. Und die Gebete scheinen Wirkung zu zeigen. Eines Tages geht er wieder zum Arzt, um den Krebs kontrollieren zu lassen, als der Arzt ihm die Hiobsbotschaft mitteilt, dass der Krebs an einer anderen Stelle im Körper aufgetreten ist. Aber zu lange haben Janett und Chris gebetet, als dass sie jetzt aufgeben. Und sie beten noch mehr. Sie beten, sie beten, sie beten. Sie beten so lange, bis Janett am Grab ihres Mannes steht und sie die Frage stellt, warum habe ich eigentlich gebetet? Warum? Jeder von uns, wenn wir ganz ehrlich sind, hat Geschichten dieser Art zu erzählen. Wir alle kennen es, doch irgendwie, Gott um etwas zu bitten, aber es scheint so zu sein, als ob Gott das einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Als ob er es nicht einmal hört. Und dann entstehen Fragen, Fragen, die die Grundfesten des Glaubens an Gott erschüttern. Interessiert sich Gott überhaupt für mich? Interessiert er sich für mein Leben, für das, was mich beschäftigt? Erhört er überhaupt Gebete? Und wenn er Gebete erhört, warum antwortet er scheinbar oft nicht? Und wenn er die Gebete nicht erhört, ja, welchen Sinn macht es dann überhaupt, überhaupt zu beten? Muss man dann überhaupt noch weiterbeten, wenn es sowieso nichts bringt? Ich möchte mir heute mit Ihnen ein paar Gedanken über die Frage des Gebets machen. Welchen Sinn macht es zu beten? Und diese Fragen, die wir uns gerade gestellt haben, unter dem Blickwinkel eines ganz bestimmten Bibeltextes anschauen, den Sie vielleicht auch schon einmal gelesen haben. Und wenn Sie mit mir die Bibel aufschlagen möchten, können Sie gerne mit mir in die Bergpredigt von Jesus gehen, im Matthäus-Evangelium. Und dort, im Matthäus-Evangelium, das Kapitel 7. Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, relativ am Ende der Bergpredigt. In Matthäus 7, Verse 7 bis 11 finden wir einen sehr deutlichen Vers. Dort sagt Jesus, Hier steht es schwarz und auf weiß. Gott möchte definitiv Gebete erhören. Der Bibeltext ist klar. Es ist tatsächlich so, dass Gebet in irgendeiner Form Sinn macht und wichtig ist. Jesus verbindet an dieser Stelle seine Aufforderung zum Gebet mit einem Bild oder besser gesagt mit zwei Bildern. Es ist der Sohn, der zu seinem Vater kommt und ihn um etwas bittet. Einmal bittet er ihn um ein Brot und ein anderes Mal bittet er ihn um einen Fisch. Und Jesus macht deutlich, dass kein Vater, der eine solche Bitte von seinem Sohn empfängt, jemals diese Bitte abschlagen würde oder sagen würde, Nö, das kriegst du jetzt nicht. Sondern jeder Vater will diesen Wunsch des Sohnes mit Freude, mit großer Freude erfüllen. Und ich werde jetzt dieses Bild ein bisschen entstellen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie. Wir werden versuchen, um das Bild noch klarer zu erfassen, es ein bisschen zu entstellen und anders zu verarbeiten. Zunächst einmal versetzen wir uns in die Rolle des Sohnes. Und der Sohn, er geht zu seinem Vater, er bittet ihn tatsächlich um Brot und Fisch. Und er empfängt vom Vater Brot und Fisch. Wie sieht die Reaktion des Sohnes aus, als er Brot und Fisch in die Hand nimmt? Was denken Sie? Ich stelle es mir so vor. Der Sohn ist dankbar. Er freut sich, weil er merkt, der Vater nimmt die Bedürfnisse, seine Bedürfnisse wahr. Und es ist ihm wichtig, wie es dem Sohn geht. Und jetzt werden wir das Bild ein wenig entstellen. Und an der Stelle können Sie einsetzen, was Sie möchten. Ich setze an dieser Stelle ein, Lasagne und Mousse au Chocolat. Also stellen wir uns vor, der Sohn geht zu seinem Vater und er bittet ihn nicht um Brot und Fisch, sondern um Lasagne und Mousse au Chocolat. Der Vater gibt dem Sohn aber nicht Lasagne und Mousse au Chocolat, sondern er gibt ihm ein Brot und einen Fisch. Und das nicht umsonst, weil Brot und Fisch in der damaligen Zeit in der Lebenswelt, in der sich Jesus befand, Grundnahrungsmittel waren. So etwas wie Kartoffeln im deutschsprachigen Raum. Und der Vater gibt ihm nicht Lasagne und Mousse au Chocolat, sondern Brot und Fisch. Wie sieht die Reaktion des Sohnes jetzt aus? Vielleicht Enttäuschung. Vielleicht so etwas wie Ärger oder Wut. Traurigkeit darüber, dass der Vater an der Stelle nicht dem Wunsch des Sohnes entsprochen hat. Und an dieser Verzerrung des Bildes stellen wir schon fest, dass unsere Reaktion auf die Antwort Gottes in Bezug auf unsere Gebetsanliegen oft auch damit zusammenhängt, worum wir Gott bitten und was wir von Gott erwarten. Denn ob wir es glauben oder nicht, es geht Gott nicht in erster Linie bei der Erfüllung unserer Wünsche oder unserer Gebetsanliegen, geht es ihm nicht in erster Linie darum, was wir uns gerade wünschen oder was uns wichtig ist. Unsere Luxuswünsche nehmen bei ihm nicht die erste Priorität hin oder den wichtigsten Platz. Sondern er sieht auf das, was notwendig ist, was wichtig ist. Eben die Grundbedürfnisse. Deswegen werden an dieser Stelle auch nicht umsonst Brot und Fisch erwähnt, weil das ist nicht irgendetwas Extravagantes. Das ist das, was zumindest noch irgendwo im Haus in der Ecke zu finden war, wenn es gar nichts mehr gab. Und das ist das, was Jesus hier deutlich machen möchte. Und er möchte uns darauf aufmerksam machen, wenn wir diesen Text lesen, worum bitten wir? Haben wir bei dem, worum wir bitten, die wirklich über lebensnotwendigen Dinge im Blick? Oder geht es um das, was wir gerne hätten? Um Lasagne und Mousse au Chocolat. Und ich möchte an der Stelle nicht sagen, dass das Bitten um Lasagne und Mousse au Chocolat irgendetwas Schlechtes wäre. Ich glaube, unser Leben in Deutschland macht es sehr, sehr gut deutlich oder auch im deutschsprachigen Raum macht es sehr gut deutlich, dass Gott so oft an unsere Lasagne und Mousse au Chocolat Wünsche denkt. Nur, dass wir nicht von vornherein davon ausgehen können, dass das ist, das ist, was Gott immer an die erste Stelle setzt, was ihm immer am wichtigsten ist, wenn es um die Erhöhung unserer Gebetsanliegen geht. Angewandt auf das Beispiel, das ich eingangs genannt habe, hilft uns das aber nicht wirklich weiter. Was ist, wenn der Sohn zum Vater kommt und er bittet ihn tatsächlich um Grundbedürfnisse, um Brot und Fisch? Und es scheint so, als bekäme er zurück einen Stein und eine Schlange. Und ich finde es nachvollziehbar, wenn sich das so anfühlt, dass man dann wütend auf Gott wird. Dass man negative Empfindungen hat gegenüber diesem Gott. Denn das Bedürfnis, das Janett und Chris in ihren Gebetsanliegen geäußert haben, dass Chris überlebt, ja, hier geht es doch um das Überlebensnotwendige, um nichts weniger. Und diese Empfindungen kann ich nachvollziehen. Und jeder von uns kann das. So fühlt es sich an. Diese Enttäuschung, diese Traurigkeit, dieser Frust. Wofür hat man einen Gott, wenn er einen in den entscheidenden Situationen des Lebens alleine lässt und nicht hört? Dafür hat man doch das Gebet. Dafür kann man es doch aussprechen, was einem so auf dem Herzen brennt. Um dieses Problem vielleicht ein bisschen zu lösen, ich will nicht sagen, dass ich das heute komplett auflösen kann für Sie, liebe Zuschauer. Aber um ein bisschen diesem Problem auf den Grund zu gehen, möchte ich mit Ihnen gemeinsam eine kurze Reise durch die Bergpredigt machen. Ich stelle mir vor, wie Jesus in einer Kirche in unserer Zeit steht und diese Predigt hält. Und stelle mir vor, wie die Reaktion in der Leute ist, die ihm zuhören. Lassen Sie es einfach mal auf sich wirken. Ich lese Ihnen einfach ein paar Verse aus der Bergpredigt vor und Sie können mal in sich hineinhorchen, wie Sie dabei empfinden. Matthäus Kapitel 7 ist der Text, den wir eben gelesen haben. Aber ich fange schon zwei Kapitel vorher an, werde die Versangaben beiseite lassen und lese einfach vor. Jesus sagt relativ am Anfang seiner Predigt, Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, hören Sie das? Nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen, in das Himmelreich kommen. Ihr habt gesagt, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist das Gericht schuldig. Wer nur zürnt. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist das Hohen Rat schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist das höllischen Feuer schuldig. Und so geht es weiter. Ich überspringe ein paar Verse. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, nur ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ich überspringe wieder ein paar Verse. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem bietet die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Haben Sie das schon mal so praktiziert? Ich muss sagen, ich stoße hier ordentlich an meine Grenzen. Da kommt zumindest die verbale Keule bei mir zurück, wenn ich hier eins draufkriege. Aber Jesus, Jesus macht weiter. Vers 43 in Kapitel 5. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Aha, also derjenige, der mir auf die Backe schlägt, der soll jetzt auch noch von mir geliebt werden. Und ich sehe schon die Ersten, wie sie aus der Kirche rausgehen, weil sie sich denken, ich bin heute hierher gekommen, um mich ermutigen zu lassen, aber nicht, um mir anhören zu müssen, was ich alles zu tun und zu lassen habe. Jesus macht weiter. Der Gipfel ist für mich eigentlich am Ende von Kapitel 5, wo er schreibt, darum sollt ihr vollkommen sein, oder sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und ich könnte noch weitermachen. Warum macht Jesus das? Sind Predigten nicht dafür da, dass sie ermutigen, statt zu entmutigen? Am Ende der Bergpredigt, in Matthäus 7, kommt dann interessanterweise der Vers, den wir eingangs gelesen haben. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an und euch wird aufgetan, denn wer da bittet, der empfängt. Warum kommt das hier? Jesus hat zum Ende der Bergpredigt seine Zuhörer an einen Punkt gebracht, wo er sie haben möchte. Und das war, zugegeben, kein bequemes Pflaster. Es war der Punkt, wo die Leute selber über sich den eigenen Zustand erkannt haben und gesagt haben, wir sind weit weg von den Maßstäben, die Jesus hier an uns anlegt. Da werden wir nie und nimmer hinkommen. Und wenn das tatsächlich die Bedingungen sind dafür, dass man eine Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen kann, dann gehören wir sicherlich nicht dazu. Aber was sagt Jesus dazu? Jesus sagt dazu, bittet, so wird euch gegeben. Und in diesem Zusammenhang, den wir bei diesem Vers, der gerne in jeder Lebenssituation herangezogen wird, dieser Vers macht in diesem Kontext einen ganz anderen Sinn. Vielleicht haben Sie schon einmal diesen Vers gehört in einer Lebenssituation und dann haben Sie gesagt, ja, aber genau das habe ich gemacht und Gott hat nicht gehört. Vielleicht liegt der Grund genau hierin, dass dieser Vers in einem Kontext steht, den wir nicht missachten sollten, sondern den wir beachten sollten. Hier geht es um etwas ganz Spezielles. Und das hat auch zu tun mit dem Vers, den wir einige Verse vorher, im Kapitel vorher, in Vers 33, in Kapitel 6 finden, wo Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ja, was bedeutet es, nach dem Reich Gottes zu trachten? Das ist die Frage, die sich hier stellt. An dieser Stelle wird zumindest klar, dass Gott an dieser Stelle oder Jesus an dieser Stelle nicht sagt, ihr könnt alle Wünsche mir äußern, alles, was ihr sagt in eurem Gebet, wird Erhörung finden. Das ist nicht die Aussage, die dieser Vers trifft. Aber die Aussage, die dieser Vers in Matthäus 7, Vers 7 trifft, ist, dass die Gebete, die gesprochen werden im Hinblick auf das Reich Gottes, und das wird im direkten Textzusammenhang klar, dass diese Gebete zu 110 Prozent, ja noch mehr Prozent, erhört werden. Woran liegt das? Es liegt daran, dass sich unsere Gebete verändern, wenn wir nicht mehr nur an uns selber denken, sondern wenn wir daran denken, was Gott wichtig ist, wenn wir die Grundbedürfnisse des Reiches Gottes ins Zentrum unserer Gebete stellen. Unsere Gebete werden sich anders anhören, sie werden anders klingen, wenn das Reich Gottes im Zentrum unserer Gebete stellt. Das steht, das ist ein Punkt. Aber ein anderer Punkt ist, dass es hier um das Reich Gottes in dem Sinne geht, dass es in meinem Leben Fuß fasst. Und vielleicht haben sie sich manchmal in ihrem Leben schon die Frage gestellt, wie kann Gott mich annehmen, mich als Sünder? Vielleicht haben sie schon Fehler gemacht, immer und immer wieder den gleichen Fehler, und haben den Eindruck gehabt, ja, diesen Fehler werde ich immer wieder machen, der ist mir so in die Wiege gelegt, ich werde da nie drüber hinauskommen. Und Gott kann mich mit diesem Fehler ohnehin nicht annehmen. Ich muss sagen, ich habe das schon sehr oft in meinem Leben gedacht, über mich selbst. Aber was dieser Text deutlich macht, ist, dass genau dieser Gedanke ein Abwegegedanke in Gottes Augen ist. Denn Gott sagt, dass das Reich Gottes in meinem Leben Fuß fassen soll. Und wenn es das tut, dann kann ein solcher Fehler kein Hindernis in meinem Leben sein. Wie wird das Reich Gottes in meinem Leben Fuß fassen? Und das können wir uns heute nicht im Detail anschauen. Aber wir wissen es, wenn wir die Bibel von vorne bis hinten durchlesen und verstehen, dass das Reich Gottes in meinem Leben dann wirksam wird und Wirklichkeit wird, wenn ich meine Fehler erkenne, meine Sünden Gott vorlege und bei ihm Vergebung suche. Und egal, wie oft ich den einen und selben Fehler gemacht habe, egal, wie schlecht ich mich fühle, egal, was mich immer und immer wieder auf die Nase legt, egal, woran ich scheitere, bittet, so wird euch vergeben. Und wenn ich um Vergebung bitte, dann wird das Reich Gottes in meinem Herzen, in meinem Leben erstehen. Ja, noch mehr. Über einen langen Prozess wird Gott, davon bin ich fest überzeugt, mir helfen, dass mein Leben ein anderes wird und dass ich in zehn Jahren nicht mehr der gleiche Mensch bin, der ich heute bin. Das ist meine Erfahrung. Manchmal sagen Leute zu mir, wenn ich über dieses Thema spreche, du bist jung, du hast viel Reden. Ich muss sagen, ich habe vielleicht noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel wie manche von Ihnen, liebe Zuschauer, aber ich habe diese Erfahrung in meinem Leben gemacht. Ich bin auch durch manches Tal gegangen in diesem Leben und ich muss sagen, ich habe das genau erlebt, wie Gott mich aufstehen hat lassen, aus dem Dreck dieses Lebens, wie er mir geholfen hat, mich angenommen zu fühlen bei Jesus. Bittet, so wird euch gegeben. Wenn Sie um Vergebung bitten, wenn Sie darum bitten, dass Gott Sie annimmt, dass Sie Teil des Reiches Gottes sein können und das Reich Gottes Teil Ihres Lebens, dann seien Sie sich sicher, zweifeln Sie nicht daran, dass Gott dieses Gebet erhört hat, selbst wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Janett hat gefragt, warum habe ich eigentlich gebetet? Sie hat am Grab ihres Mannes gestanden und die Frage gestellt, wieso passiert das alles mir, nachdem ich mich doch Gott so hingegeben habe, nachdem ich ihm alles vorgelegt habe? Welchen Sinn hat Gebet in Ihrem Fall gehabt? Und ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich darauf die letzte Antwort geben kann. Ich glaube, es steht niemand anderem zu als Gott selbst, der seine Antwort auf diese Frage geben kann. Aber ich möchte eine Gegenfrage stellen, eine Frage, die mich zum Nachdenken angeregt hat. Die Frage lautet, wie viel mehr hätte Jesus oder wie viel mehr hat Jesus durch seinen Tod erreicht, als er durch sein weiteres irdisches Wirken je hätte erreichen können? Schauen Sie, aus menschlicher Perspektive war das Leben Jesu ein Leben, das am Kreuz endete und damit vollends an die Wand gefahren wurde. Jesus hätte König werden können, er hatte so viel Einfluss, so viel Macht und er hatte noch dazu übernatürliche Kräfte, hat Menschen geheilt von Krankheiten. Ein verschwendetes Leben, aus menschlicher Perspektive, wenn man ihn dort am Kreuz hängen sieht. Aber aus Gottes Perspektive, Gottes Perspektive, die immer das ganze Reich Gottes im Fokus hat und ins Zentrum setzt. Aus Gottes Perspektive war es wichtig und richtig, Jesus vorzeitig in den Tod am Kreuz zu geben, weil durch seinen Tod die gesamte Menschheit, die gerettet werden wollte, gerettet werden konnte. Etwas, was er nie erreicht hätte, hätte er einfach dieser Welt weitergelebt und nur Menschen geheilt. Und so wog Gott ab und er entschied sich für den Tod am Kreuz, was aus menschlicher Perspektive keinen Sinn machte, aber aus Gottes Perspektive absolut. Er hat bei allem, was er tut, das Reich Gottes im Blick. Und so kann es sein, dass die Perspektive Gottes, die so überschaubarer, viel größer ist als unsere, dass sie sich doch unterscheidet von dem, was wir oft wahrnehmen. Und so kann es sein, dass Gott manchmal in bestimmten Lebensumständen, in denen wir stehen, zu anderen Schlussfolgerungen kommt. Und das kann schwer sein. Ich weiß das. Ich habe es auch gespürt. Aber wissen Sie, in diesen Momenten habe ich mich entschieden, einfach dran zu bleiben. Es war hart, aber es war richtig. Und selbst bis heute verstehe ich nicht jede einzelne Entscheidung, die Gott aus seinem großen Blickfeld getroffen hat. Bis heute verstehe ich nicht jede Entscheidung. Aber ich habe mich entschieden zu vertrauen, denn das ist Glaube. Ich habe mich entschieden zu vertrauen, dass Gott es richtig macht und dass Gott an seinem Reich baut. Und das war mein Baustein in dieser Situation. Ich wünsche Ihnen, genauso wie mir, dass wir dieses Vertrauen aufbringen und Gott nachfolgen, koste es, was es wolle. Dass wir bereit sind, daran mitzubauen und die Dinge zu tragen, die manchmal schwer sind. Weil wir wissen, es geht um Brot und Fisch. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie dankbar sind, immer dann, wenn Gott Ihnen trotzdem Lasagne und Mousse-Schokolade serviert. Und das ist oft genug im Leben. Gott sei Dank ist es so. Und Gott sei Dank sorgt Gott sich in allen Bereichen unseres Lebens um das Wesentliche und manchmal auch um mehr. Ich möchte noch mit Ihnen gemeinsam beten zum Abschluss. Unser himmlischer Vater, wir sagen dir Dank dafür, dass dir an uns gelegen ist. Wir haben heute einen wichtigen Text in der Bergpredigt uns angeschaut. Und dieser Text hat uns bewusst gemacht, dass es mehr gibt im Leben als Lasagne und Mousse-Schokolade. Dabei ist es das, was uns oft so sehr am Herzen liegt. Aber du blickst auf mehr. Du siehst auf das wirklich Überlebensnotwendige in unserem Leben. Und auch, was dein Reich, den Erbau deines Reiches angeht. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dein Reich bei allem, was wir tun und auch bei dem, worum wir beten, im Blick zu behalten. Dass wir nicht vergessen, was dir wichtig ist und den Blick dafür schärfen können. Und auch sonst wollen wir dich um Vertrauen bitten. Da, wo es uns schwerfällt und da, wo es vielleicht auch manches Opfer in unserem Leben kostet. Und gerade auch dort, wo wir dich nicht verstehen, weil wir deinen Blick nicht immer haben. Herr Jesus, hilf uns dabei, dir zu vertrauen. Koste es, was es wolle. Wir wollen dir aber danken, dass wir wissen können, dass du das Beste im Blick hast für uns und dass es am Ende tatsächlich so sein wird, dass wir bei einem Festmahl bei dir sein können und gemeinsam die Ewigkeit mit dir feiern können. Dafür wollen wir dir danken und dich bitten, dass du uns an diesen Punkt bringst. In deinem Namen haben wir gebetet. Amen. Amen. 윤니까 Abonniert